Mega Nachrichten. Energiegeld für drei Millionen Studenten kommt im Jahr 2023. Der Gesetzesentwurf liegt vor. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nun wird auch endlich diese Diskussion und diese Lücke für circa drei Millionen Menschen in Deutschland geschlossen werden. Und zwar wird das Energiegeld, die Energiepreispauschale für Studenten ab 2023 kommen. Das war ja auch in der Planung, dass Studenten hier 200 Euro Energiepreispauschale bekommen sollen. Zuständig für die Energiepreispauschale für die Studenten ist das Bundesbildungsministerium. Und aus diesem Ministerium kommt der Gesetzesentwurf zur Energiepreispauschale für Studenten. Mehr als drei Millionen Studentinnen und Studenten, Fachschülerinnen und Fachschüler werden die 200 Euro Energiepreispauschale im Jahr 2023 erhalten. Das Gesetz soll dieses Jahr noch beschlossen werden und im Januar 2023 in Kraft treten. Voraussetzung für die Zahlung der Energiepreispauschale für Studenten ist, dass der Student oder der Fachschüler am Stichtag 1.12.2022 in einer deutschen Hoch- oder Fachschule eingeschrieben ist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat. Als Fachschüler zählen auch Techniker, Betriebswirte, Erzieher und so weiter. Und diese Leute haben dann auch Anspruch auf die 200 Euro Energiepreispauschale, wenn sie am 1.12. diesen Jahres an einer Fachschule eingetragen sind. Auch Teilzeitstudenten, Teilnehmer an dualen Studien und auch Studenten im Urlaubssemester haben Anspruch auf diese 200 Euro. Promotionsstudenten nicht. Die Studenten und Fachschüler müssen aber, um an die 200 Euro zu kommen, zwingend einen Antrag stellen. Und die Abwicklung der Zahlung dieser 200 Euro soll über eine Internetplattform erfolgen, die jetzt in aller Kürze programmiert und ins Netz gestellt werden soll. Und dort kann man dann sich registrieren lassen und die entsprechenden Nachweise dort einpflegen und dann über die Weitergabe der Kontonummer dann hoffentlich auch bald die 200 Euro Energiepreispauschale als Zahlung erhalten. Der Antrag muss spätestens zum 30.09.2023 entsprechend den Vorgaben auf dieser neu zu programmierenden Onlineplattform gestellt werden. Also, endlich haben wir Rechtsklarheit für unsere Studenten und Fachschüler. Los geht's im Jahr 2023 mit der Zahlung der 200 Euro Energiepreispauschale. Ich freue mich für alle Studentinnen und Studenten, Fachschüler und Fachschülerinnen, dass es nun soweit ist und dass wir jetzt endlich Klarheit und Sicherheit haben, dass die 200 Euro auch für Sie gezahlt werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.